So, Freunde, da bin ich nochmal. Ein kleines Update, beziehungsweise eine Ergänzung zum Gewinnspiel. Ich habe gemerkt, so ein Gewinnspiel macht keinen Sinn, wenn ich keine Deadline setze, weil sonst könnten ja alle bis zum 34. Spieltag warten und dann ihren tollen Tipp abgeben. Wir ändern die Sache. Der Preis bleibt gleich, die Bedingungen an sich bleiben auch gleich. Ihr müsst unter dieses Video jetzt posten, nicht unter das andere, sondern unter dieses. Und ich gebe eine Frist bis zum 19.06. um 23.59 Uhr. Also ihr habt jetzt drei Tage Zeit, knapp 72 Stunden. So, das nur als kleine Ergänzung. Ihr werdet dieses Video mit dem anderen Video verlinken. Ich gemerkt habe, dass das sonst keinen Sinn ergibt. In dem Sinne, sorry. Und bis dann.